Wer von diesen beiden wird im Halbfinale Gegner von Annina Frey? Die ihr Kennen schon gezeigt hat. Auch stark ausgelöstes Anfang gehört am Leonardo Negro mit dem Totsi-Hit Gloria. Let's get ready to rumble! Gloria, Gloria, sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entro odio ed esce l'amore dal nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole. La mattina nasce il sole, la mattina nasce il sole, entro odio ed esce l'amore dal nome Gloria. Wow! Was für hippende Hüfte! Jetzt an der Reihe! Es kommt super, ihr könnt ihr alle mitsingen. Ein Stern mit Lukas Fischer! Als Erinnerung an unser Leben Möcht' ich dir heute etwas geben Ein Geschenk für alle Ewigkeit Einen Stern, der deinen Namen trägt Hoch am Himmelszelt Den schenk ich dir heute ab Einen Stern, der deinen Namen trägt Alle Zeiten überlegt Und über unsere Liebe wacht Natürlich muss die Waffe mit rein Lukas Fischer Und sofort Battle in Fröhlichkeit Und es geht weiter Die Stimmung wird anhalten Genghis Khan Mit Moskau Moskau Leonardo Moskau Fremd und Geheimnisvoll Türme aus Rot und Wolk Kalt wie das Reich Moskau Moskau Fremd und Geheimnisvoll Türme aus Rot und Wolk Kalt wie das Reich Moskau Moskau Fühlt die Gläser an die Wand Russland ist mein schönes Glück Ha 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 Hey! Moskau Moskau Komm mit Weißen Up and Stay Bis der Welt zusammen mit See Ha 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 Hey! Ganz gross! Leonardo Nigro! Und jetzt der zweite Song Lukas Fischer Ich habe das Gefühl, das wird euch auch gefallen Wie war das mit Modern Troll King und Sherry Sherry Lady? Lukas! I've been lonely too long Oh I can't be so strong Take the chance for a man Take my heart I need you so There's no time I'll ever go Sherry Sherry Lady Love is where you find it Listen to your heart Sherry Sherry Lady Love is where you find it Love is not tomorrow Take my heart don't lose it Listen to your heart Sherry Sherry Lady To know your wish to show you everything call me shaming I'll be a ranger Das macht Spass, Lukas! Vollgas! Vollgas! So, wir kommen zur Abstimmung! Wer schafft das Halbfinale? Eher gesagt, ich möchte es nicht wissen, ob Sie beide so toll waren! Sind Sie nicht beide super gewesen? Der riesen Rundi! The Battle! Eigentlich beide Sieger gleich, was jetzt passiert. Ich habe das Gefühl, ich werde es ganz genau hören müssen. Wer findet es doch? Leonardo Nigro! Der hat jetzt Moskau, Moskau! Vollgas gegeben! Die Stimme für Leonardo Nigro jetzt bitte! Und wer, liebe Leute, ist für Lukas Fischer jetzt gleich? Okay, aber... Der Lukas ist also im Halbfinale!